Durch deinen geliebten Sohn steiger ab in dieses Wasser, die Kraft des Heiligen Geistes. Durch deinen geliebten Sohn steiger ab in dieses Wasser, die Kraft des Heiligen Geistes. Durch deinen geliebten Sohn steiger ab in dieses Wasser, die Kraft des Heiligen Geistes. damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind in seinem Tod, durch die Taufe mit Christus auferstehen zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Jesus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, deine Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.